Hallo, herzlich willkommen zu Jojo Yorks Crazy Surprise. In der dritten Folge bin ich heute wieder einmal auf den Hund gekommen. Denn heute präsentiere ich euch The Accomodating Dog, der entgegenkommende Hund. Und welcher Hund könnte entgegenkommender sein als mein Freund Blackie? Ihr werdet wahrscheinlich denken, mein Hund ist viel entgegenkommender. Das kann auch gut sein, denn mein Freund Blackie ist heute irgendwie etwas kurz angebunden. Und zwar an mir. Es wird jetzt voll was passieren. Blackie wird von meinem Arm springen auf diesen handelsüblichen Gartenschuhl und wird euch dann beweisen, wie ihr entgegenkommender ist. Es geht los. Blackie, du warst wirklich sehr entgegenkommend. Man könnte fast sogar sagen anhänglich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.